Seid ihr herzlich willkommen! Die aktuelle Liebesorakel. Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit dieser Orakel zu buchen. Ein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen der Bankgebühren. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Dieses Herz steht im Mittelpunkt. Das bedeutet Liebe, aber bedeutet auch alles, was du liebst. Es ist nicht nur Liebe Partnerschaft, sondern kann deine Berufung sein oder dein Hobby oder die Familie. Also das ist sehr wichtig, aktuell für dich, die Liebe. Liegt auch das Glück dabei und diese Anker bedeutet Stabilität. Verankert zu sein in die Liebe Partnerschaft. Oder wenn du Pläne hast, bleib dabei treu. Das kannst du verwirklichen. Anker bedeutet auch Beruf, Berufung. Und hier dieser Blumenstrauß kann eine kreative Tätigkeit auch sein. Allerdings, was dieser Blumenstrauß noch bedeutet, deine Schönheit, deine Weiblichkeit, eine schöne Umgebung oder eine angenehme Überraschung, eine Einladung oder ein Geschenk. Und das wirst du auch lieben. Und dieser Geschenk ist schon auf dem Weg zu dir. Wenn du eine Dame bist, dann bist du hier im Bild. Und diese Karte bedeutet Bewegung. Er kommt entgegen. Er ist schon auf dem Weg zu dir. Diese Karte kann aber alles sein, was sich bewegt. Sport oder Auto. Hier liegt das Glück und die Finanzierung. Das kann ein neues Auto auch bedeuten. Nicht nur Glück liegt da in der Liebe, sondern auch Stabilität beruflich und ein Geschenk. Und was euch beide verbindet, die Sternenhimmel, bringt auch Glück. Oder diese Karte beschreibt die Zeitqualität. Im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, so wie das im Sternen geschrieben ist. Und das wird die Richtung sein, diese Bewegung. Die Fischen zeigen die Finanzen. Und hier ist auch Glück. Das kann Gewinn sein. Oder das Geld ist schon auf dem Weg zu dir. Und hier dieser Schiff bedeutet die Hoffnung. Oder Ausland. Auslandskontakte. Reisen. Und das kann ein gemeinsamer Urlaub sein. Oder wenn er weiter weg wohnt. Dann kommt in Bewegung. Weil er möchte dich besuchen. Und hier liegt das Geschenk dabei. Die Fischen zeigen die Finanzen. Und hier ist die Hoffnung und das Glück. Aber bedeutet diese Karte auch die Wertschätzung. Und diese Wertschätzung kommt auch entgegen. Bleib in Vertrauen. Hier ist die Hoffnung, die Liebe, das Glück. Nochmal das Glück. Auch finanziell, auch beruflich, auch in die Liebe. Und dieser Blumenstrauß bedeutet eine angenehme Überraschung. Und das war die aktuelle Liebesorakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera